Es kommt ein Sturm, da ein Sturm Willkommen zum fünften Video zu Warframe In diesem Video geht es um die Warframes und damit auch um die Fähigkeiten Ich habe im ersten Video schon ein bisschen angeschnitten Und ja, ich nenne das im ersten Video, obwohl es das zweite ist, egal Wie die Frames so dastehen Jetzt geben wir uns noch so ein bisschen detaillierter darauf ein Also, Arsenal Das Kernstück, das absolute Kernstück dieses Spiels sind die Warframes Kampfanzüge der höchsten Technologie Gesteuert werden sie von einem sogenannten Operator, einem Tenno Der die über eine neurale Verbindung über seine Gedanken steuert Davon gibt es eine ganze Menge Es gibt dabei jeweils eine Prime-Variante, die das ursprüngliche Original darstellt Und eine Nicht-Prime-Variante, welche eine schwächere Kopie des Originals darstellt Veröffentlicht werden in der Regel zuerst die Kopien und dann So ein, zwei Jahre später im Normalfall die Prime-Variante Diese Frames haben ihre Stats und ihre Fähigkeiten Wir gucken uns jetzt hier erstmal den von mir am meisten verwendeten Frame an Ein Warframe hat folgende Statuswerte Grundstatuswerte Energie Gesundheit Rüstung Schild Und Sprintgeschwindigkeit Das ist bei allen Frames so Und wie wir hier sehen Hier hinten Hat jeder Frame andere Zahlen Wen habe ich aktuell ausgerüstet? Nidus Aha, Nidus hat also starke Rüstung Ja, kommt sogar hin Die meisten Oder ich sag mal Eigentlich haben alle Frames Auch alle dieser Werte Energie Gesundheit Rüstung Schild Und Sprintgeschwindigkeit Es gibt genau zwei Frames Die ohne Schild daherkommen Das ist Inaros Und Nidus Also by the way Das hat ziemlich meine beiden Lieblingsframes sind Aber okay So, dann haben wir die Grundwerte Inaros hat extrem viele Lebenspunkte Von Grund auf Aber Wir haben hier ungefähr das Zehnfache Warum? Wegen den Mods Zu den Mods kann man das später nochmal Ein bisschen genauer Aber Die Mods sind ein sehr wichtiger Bestandteil Bei Frames Und an auch bei den Waffen Und auch bei den Begleitern Die wir da haben Der Robo Der mir da herfliegt Die Katzen Die Hunde Und so weiter Mods sind für alles wichtig Wir haben hier Acht Mod Slots Und hier stopfen wir Die Mods rein Die Nach unserem Empfinden Am besten Zu dem Jeweiligen Frame Zu der jeweiligen Waffe Passen Natürlich kann man auch Guides folgen Dann Haben wir nicht das Was nach dem einen Empfinden ist Aber egal Achso Mittlerweile ist hier übrigens wieder Max Level Da kann ich ja eigentlich Äh Wo ist die letzte Umbra Mod Hallo Die letzte Umbra Mod wieder rein Achtet auf die Gesundheit Das Ding ist Wir haben hier Schattenhafte Vitalität Das ist ein Set Die gibt aktuell 550% Gesundheit Für zwei Mods Damit kriege ich 5,4 Achtung Bats 6,7 Weil jetzt gibt es die 770 Weil das komplette Set drin ist 6700 Lebenspunkte Habe ich jetzt auf Inaris Prime Was schon heftig ist So Jetzt gibt es aber hier Zum Beispiel noch bei den Katzen Warte Die Katze Die wird jetzt richtig brutal Weil Die Katze Die hat wiederum eine Mod Verbinde Leben Die bekommt aktuell Lebenspunkte In Höhe von 105% Von dem was mein Frame hat Und diese Mod Ist noch nicht maximiert Die hat noch 4 Stufen Die geht also glaube ich Irgendwie auf 120% 130 Also die Katze Die ist mit diesem Frame Voll auf Leben Einfach Noch tankiger als der Frame Selbst Fast zumindest Und so Spielen halt All diese Aspekte Der Frame Die Waffen Die Begleiter Durch diese Mods Ineinander hinein Gut Aber Bei diesen Stats Bleibt es ja nicht Denn durch gewisse Mods Kriegen wir zusätzliche Stats Dazu Zum Beispiel Tauwiederstand Aber wir haben Durch die Fähigkeit Noch weitere Stats Das hier sind die reinen Frame für Stats Wir haben aber noch Stats Wie Dauer Effizienz Reichweite Und Stärke Das betrifft Die Fähigkeiten Fähigkeitsdauer Fähigkeitseffizienz Fähigkeitsreichweite Und Fähigkeitsstärke Die Fähigkeitsdauer Erhöhlt bei Fähigkeiten Die eine gewisse Laufzeit haben Diese Laufzeit Die Fähigkeitseffizienz Ist also eigentlich Die Energieeffizienz Reduziert die Energiekosten Für Für den Einsatz Der Fähigkeit Die Dauer Hat teilweise Den selben Effekt Bei manchen Fähigkeiten Dann Reichweite ist klar Und Stärke ist auch klar Dann haben wir hier Die Fähigkeiten Wir haben Drei Fähigkeiten Und eine ultimative Fähigkeit Und dann haben wir hier Die Stats Reichweite Dauer Schaden Und hier noch Heilradius Hier Entzug Also ein Live Leech Von Energie Pro Energie Dauer Reichweite Und Schaden Und So Weiter Wir können jetzt hier Auch Der hier ist eher Ein Tanky Gun Ist auf Damage Ausgelegt Nehmen wir Wieder Excalibur Excalibur Ist sehr vielseitig Einsetzbar Wir haben einmal Einen Schwertstoß Wir sehen erstmal Ein Bildchen Was tut der Skill Und dann haben wir Unten Die Werte Ich habe Durch Mods Verbessert Ist das die Effizienz Die den Entzug Verbessert Ja Effizienz Und Dauer Habe ich Gepusht Und Die Stärke Starke Perhöht Ähm Der Entzug Der Energieentzug Dürfte Ja Effizienz Und sogar glaube ich Sogar auch Dauer sein Dürfte beide Daran spielen Und der Schaden Logischerweise Dann haben wir Hier noch Ein anderer Ah ok Entzug Ist einfach nur Der Energieverbrauch Ähm Hier haben wir noch Eine andere Fähigkeit Die Betäubt Allergiener In der Nähe Oh Und lässt Sentience Allergies Haben mit Resistenz Verlieren Das ist also Eigentlich eine Sehr coole Fähigkeit Zum Töten Von Sentience Sentience Sind Gegner Die Wenn du Ein paar Mal Mit einem Gewissen Schadensattribut Also Schnittschaden Stumpferschaden Durchdringender Schaden Und so weiter Feuerschaden Elektroschaden Ein paar Hits Mit dieser Schadensatt Draufhaust Erhalten dir Eine Resistenz Dagegen Nicht eine ganze Immunität Aber eine Resistenz Von Keine Ahnung 80% Oder so Also du machst Fast keinen Schaden Mehr mit dieser Schadensatt Diese Fähigkeit Setzt diese Resistenz Zurück Das ist natürlich Sehr geil Dann haben wir Radialer Sperrwurf Gembluteneffekt Ist sehr stark Macht sehr viel Schaden Und dann haben wir Die Ulti Dabei geht er In einen Modus Wo er nur noch Das Schwert In der Hand hat Und dieses Schwert Macht auch Fernkampfangriffe Oder ist wirklich Sehr stark Also erst einmal Das Reingehen In den Modus Nimmt 17,5 Energie Weg Und dann verliert Er pro Sekunde Wo er in diesem Modus Ist 1,3 Energie Das wird Durch die Effizienz Verringert Und auch Für die Dauer Weil es eine Dauer Eine Fähigkeit ist Die dauerflaktiv bleibt Wirkt hier auch Die Dauer mit rein Und das ist halt Ja Halt das Ding Weswegen ich sage Es ist viel zu kompliziert Mit den Mods Weil du wirklich auch Spielen musst In diesen Fähigkeiten Du musst mit den Mods Und den Fähigkeiten Spielen Du musst Mods Einbauen Gucken Was ändert sich dadurch Wieder ausbauen Und was anderes einbauen Das ist Einfach krank Aber ja Darauf gehe ich dann auch Nochmal im Mod Video ein Vielleicht nochmal ein bisschen Genauer Falls ich es nicht vergesse Ja Und das sind halt so Fähigkeiten Es gibt Fähigkeiten Beispiel bei Frost Die für eine bestimmte Aufgabe Unglaublich gut geeignet sind Hier Die Schneekugel Frost erzeugt Eine Schutzzphäre Und kurzzeitige Unverwundbarkeit Durch das Schockfrieren Jeglichen Dunst In der Umgebung Der erzeugt Eine Bubble Die ihre Lebenspunkte hat Und die dadurch Verhindert Dass zum Beispiel Das Target Bei der Verteidigung Von den Gegnern Gehittet werden kann Durch eine Wieder durch Eine Mod Ich kann die auch Kurz zeigen Das ist ein spezieller Mod Eisige Kugel Das ist das sogenannte Augment Mod Die kriegt man zum Beispiel Durch die Syndikate Die gibt dieser Kugel Noch die Option Dass Gegner Die diese Kugel Betreten Weil Eher sie innen drin sind Können sie das Ziel Wieder treffen Also müssen sie reingehen Sobald sie diese Kugel Betreten Frieren sie ein Mein Frost Ist komplett Auf diese Kugel Aufgebaut Diese Kugel Basiert auf Reichweite Das erhöht So ein bisschen Die Distanz Verstärken Erhöht die Lebenspunkte Der Kugel Stahlfasern Rüstung Erhöht ebenfalls Die Lebenspunkte Der Kugel Stromlinie Verreduziert Natürlich den Energieverbrauch Den ich habe Um diese Kugel Zu setzen Und hier haben wir Nochmal Rüstung Welches eben auch Die Lebenspunkte Davon erhöht Am besten wäre noch Wenn ich irgendwie Noch die Dauer Reinkriegen würde Dann würde sie noch Länger leben Es würde eventuell Auch noch auf die Lebenspunkte gehen Ich glaube die bleibt Dauerhaft bestehen Okay das heißt Dauer Würde wahrscheinlich Auch nochmal auf die Lebenspunkte gehen Das ist einfach krass Ja und eben Dieser Frame ist Besonders gut geeignet Für eine Defense Mission Weil Die Gener können Das Target nicht Hitten Solange die Kugel Da ist Und diese Kugel Lässt sich auch Stacken Wie war das Ich glaube Dreimal lässt sie Sich stacken Oder so Dann hat sie die Maximale Power Und ist quasi Unkaputtbar Das ist einfach krass Ja und so Muss man sich Also ein bisschen Überlegen Welcher Warframe Passt am besten Zum eigenen Spielstil Und entsprechend Holt man sich Diesen Warframe Wieder hoch Das macht Inaros Inaros Der Kombi Frost Frost mit seiner Bubble Macht Nur halt Dass er es Nur auf seinen Körper macht Rhino ist So ziemlich Der erste Wirklich Anfänger Frame Für jedermann Deswegen ist Rhino Auch am Anfang Wenn man mit dem Spiel anfängt Der ist so Ziemlich Meist genutzte Frame Überhaupt Du fängst an Du kannst dir Aussuchen Zwischen Excalibur Volt Und Mac Was beides So eher Alle drei Eher so Damage Frames sind Außer Mac Die ist eher Support Bis man die Richtigen Mods für sie Hat Und Der erste Frame Der man sie Wirklich Erfarmt Ist Rhino Ja So Und von Rhino aus Kann man dann Aufbauen Kann man sich Überlegen Was will man Mehr Was will man Lieber Kann sich Zum Beispiel Für spezielle Missionstypen Einen Frame Holen Sehr gutes Beispiel Hierfür Ist Loki 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 Wo bist du Loki Loki Da Loki 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 hat eine Fähigkeit Die da lautet Loki Tarnt sich so Dass er für Feinde Unsichtbar Ist Was natürlich Gold wert Ist für Spionage Missionen Die Lichtbarrieren Die Hitten ihn Zwar noch Aber Gegner Sehen ihn Nicht Du kannst Einfach An Denen Vorbeischleichen Und Sie dann Stealth Töten Wenn du Willst Ohne Irgendeinen Alarm Auszulösen Kameras Sehen dich Auch Nicht Das sind So die Aspekte Weswegen Loki Unglaublich Gut Für Spionage Missionen Ist Genauso wie Ivara Ivara Kann das Auch Sie kann Das Sogar Über Einen Längeren Zeit Traum Allerdings Hat sie Irgendwo Eine Limitierung Wo ich Nicht Mal Weiß Welche Wegen Der Ich Nicht Ganz So Gerne Sie Dafür Nehme So Gut Soviel Zum Thema Warframes Und Deren Fähigkeiten Wir sehen Uns Im Nächsten Video Wieder Bis Denn Und Tschö Med Ö